Hallo und herzlich willkommen zur Automatica 2018 in München, hier auf dem HiWin-Messestand. Sie kennen HiWin sich als Hersteller von Komponenten wie Kugel-Gewindetrieben, Profilschienenführung oder Direktantriebstechnik. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was es bei uns noch zu erleben gibt, zeige ich Ihnen jetzt. Haben Sie schon mal einen echten Roboter-Laserschwertkampf gesehen? Hier auf dem HiWin-Messestand erleben Sie unsere 6-Achs-Roboter in Aktion. Natürlich sind die Roboter nicht bloß zur Unterhaltung da, sondern werden beispielsweise in Handlings- oder Pick-and-Place-Aufgaben eingesetzt. Bestimmt haben Sie schon eigene Ideen zum Einsatz unserer Roboter. Kommen Sie vorbei, unser Experte erwartet Sie schon. Ein weiteres Highlight hier auf dem HiWin-Messestand, unsere Linear-Achs-Familie hat Verstärkung bekommen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sicher kennen Sie schon unsere Linear-Achs-Module. Jetzt neu gibt es auch den großen Bruder, die Linear-Tische. Falls es mal ein bisschen schwerer wird. Egal was Sie bewegen oder positionieren möchten, mit unserem flexiblen Baukastensystem mit drei verschiedenen Antriebsarten, können Sie sich die Achse zu Ihrer Applikation individuell zusammenstellen. Und? Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns hier auf der Automatica in München, in Halle B6, Stand 318. Sichern Sie sich noch schnell ein kostenloses Ticket mit einer E-Mail an info-at-hiwin.de und erleben Sie mit uns Bewegung in Ihrer schönsten Form. Wir freuen uns auf Sie! Der 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 Bis zum nächsten Mal.